Der Prinz konnte also entkommen. Was ist mit dem Ring? Der Ring ist bei Lunafreya. Finde und töte sie beide. Nur auf den Ring kommt es an. Aber der Tod ist so endgültig, Eure Exzellenz. Wie ihr wisst, besitzen die Götter große Macht und die Kanagi ist es, die diese unbeschreibliche Kraft an den König weitergeben kann. Lebend wäre sie ein gutes Forschungsobjekt. Was meint ihr, Oberkommandant Ravos? Was ist? Als Befehlshaber liegt die Entscheidung doch bei euch. Oder etwa nicht? Na gut. Doch erst einmal müssen wir die beiden aufspüren. Ich werde nicht ruhen, bis die Kanagi und der Prinz in meiner Gewalt sind. Der Kristall ist hier sein Licht. Mit Vollgas raus in die weite Welt! Endlich können wir diese Einöde hinter uns lassen. Die nächsten Regionen sind viel weitläufiger als Lied. Ehrlich? Gibt es irgendwelche berühmte Orte? Zunächst erreichen wir Daska. Berühmt für sein Sumpfland. Na toll. Mh, Sumpf. Es gibt auch einen Wald mit Schokobus. Oh, Schokobus! Hinter Daska liegt die Region Klain. Die größte Stadt dort ist Listallum. Ist das nicht die Stadt, die Iris ansteuert? Ja, mittlerweile müsste sie dort angekommen sein. Die Stadt floriert dank der Kraft des Meteors. Der aus der Legende? Ja. Die Leute nutzen seine Hitze zur Energiegewinnung. Wow, ziemlich abgefahren. Ja, die Welt ist groß und abgefahren. Es wird eine lange Fahrt. Wir sollten den Wagen besser volltanken. Ne, das ist aber ein anderes. Mittlerweile sind wir lange genug hier draußen unterwegs. Noct, wenn du mal fahren möchtest, sag einfach Bescheid. Kein Thema. Ich kann im manuellen Modus ab sofort selbst den Wagen fahren. Ja, konnte ich zwar vorher auch schon, aber ist in Ordnung. Was sich in die Grundlagen der Welt und des Kämpfens einführt, wenn die Gegner... Ja, toll. Das habe ich ja schon alles gespielt, bevor ich angefangen habe. Wieso soll ich da jetzt noch mit anfangen? Telefon. Hallo? Ähm, Noct? Iris? Du bist es! Bin ich froh, dich zu hören. Bei uns ist alles in Ordnung. Wir haben es nach Lestallung geschafft. Und eine Unterkunft haben wir auch. Also, sag Bescheid, wenn ihr kommt. Dann können wir uns treffen. Ja. Ich melde mich. Bis dann! War das Iris? Puh. Um ihren Bruder hatte sie keine Angst? Warum auch? Du wurdest schließlich nicht in allen Zeitungen für tot erklärt. Und was ist mit mir? Hat sie nach mir gefragt? Habt ihr das Schild da gesehen? Lasst uns Chokobus angucken. Hey, schon vergessen, dass wir nach Lestallung müssen? Ach, kommt schon. Der kleine Umweg. Ja, komm, wir gehen da mal hin. Vielleicht haben die ja noch eine Aufgabe für uns. Ich will auch die Chokobus sehen. Wir haben aber kein Geld dafür, Jungs. Nur, dass das klar ist. Damals erst mal ein Fragezeichen. Ach so, wir müssen noch tanken, ne? Bevor ich das nachher vergesse. Aber das konnte ich gerade. Doch, jetzt kann ich. Oh, der fliegt über den Boden. Das ist ja cool. Da ist die Grafik jetzt aber nicht so hundertprozentig mehr genau. Okay, wir schauen jetzt erst mal, sind die das jetzt schon? Oh, nee, oder? Nee, hier. Aufgabe? Was? Die kennst du? Ja. Ich hab sie in Hammerhead kennengelernt. Stimmt. Hab gesehen, wie ihr euch unterhalten habt. Lasst uns mit ihr reden. Wird sicher interessant. Sie weiß viel über die Fauna hier. Das kann nicht schaden. Wilde Wasser sind tief. Okay. Hallo? Darf ich mal? Jetzt. Entschuldigung. Halt, stopp. Was ist das hier? Sind die Frösche bei ihr? Nee. Oh, wer wagt es mich zu stören? Ich bin hier grad furchtbar beschäftigt. Oh, wer seid ihr hübschen denn? Und? Was führt euch her? Ich etwa? Nein, also... Oh, ihr wollt mich also lediglich von der Arbeit abhalten? Also wirklich, das ist nicht nett. Nein, gar nicht nett. Jetzt muss ich die verlorene Zeit wieder aufholen. Ah, ich hab's. Ihr werdet zum Ausgleich was für mich tun. Äh, äh, ja? Wirklich? Das ist ja nett. Ich ersticke nämlich in Arbeit. Dann legt mal los und geht auf Fröschfang für mich. Ach du Scheiße. Frösche? Genau. Die kleinen schleimigen Viecher, die so lustig hubbeln. Aber nicht jeden daher gehübten Grünling. Ich brauche Rotfrösche von euch. Diese Art kommt nur in Alsdorf vor. Die Jagd kann also gleich hier beginnen. Ich mach mich dann mal wieder an die Arbeit. Bringt mir ein paar schöne, frische Fröschchen, ja? Ach, das sind doch Frösche bei ihr. Da, ein Frosch ist da. Ja, kann man jetzt schlecht sehen. Aber da, da hinten, da in der Ecke, neben ihrem Arm, ist der Frosch. Okay, ähm, ja, wir haben jetzt eine sinnfreie Aufgabe angenommen. Vielleicht kommen da ja noch Monster und stellen sich ein bisschen in die. Irgendwie. Da hat sie uns aber was reingedrückt. Leerlich war das auf seine Weise in der Tat ein bisschen. Und mit der konntest du dich unterhalten? Ja, war echt lustig. Ein Kilometer. Ich würde jetzt mal einfach sagen, dass wir da mit dem Auto hinfahren. Weil, wir können natürlich auch zu Fuß laufen, aber das würde jetzt doch zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Jungs, lasst uns das Auto nehmen. Ich habe jetzt zuerst gedacht, das wäre was anderes, aber... So, automatisches Fahren. Äh, Aufgabenziel... Äh, wilde Wasser sind tief, ist das denn? Ja. Kommst du nicht mit? Sind doch alle da? Hä? Wieso wurden da jetzt 600 Meter gerade angezeigt? Wollt ihr mich veräppeln? Das sind keine klugen Sprüche? Na dann, sehen wir uns mal um. Dann hoffen wir mal, dass das Auto die armen Fröschlein nicht verschreckt hat, ne? Jetzt muss ich dort trotzdem noch 500 Meter da hinlaufen. Ja, geil. Hat's hier voll gelohnt. Hätten wir auch direkt zu Fuß hinlaufen können. Was ist das hier? Ob das zum Motor kommt? Oh! Hallo! Ja! Achso, B. Was ist denn das Riesenviech da hinten? Äh, da wo wir hin müssen? Sind die alle böse? Ach du Scheiße! WTF? Aha. Sollen wir das jetzt was sagen? Oh, greif ihn bloß nicht an! Was besser aufnockt. Ja doch. Und wieder einen Ausdruck nocht. Ja. Hä? Hä? Ach du Scheiße! Oh, wo kommen die mehr? Ja. Wollt ihr mich verarschen hier? Also blocken funktioniert mal wieder nicht, wie immer. Großartig, Slot. Kinderleicht. So muss das sein. Ja. 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 Oh, wie viele von den Fischern kommen hier noch? Wieso? Immer wenn ich auf Glocken drücke, funktioniert das nicht. Ich verstehe es nicht. Ja. 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 Und ich habe mich schon so schön konzentriert auf dieses riesen Viech da hinten. Das einmal kommt hier so eine riesen Übermacht an. Oh. 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 Wenn das so weitergeht, habe ich jetzt gleich mein ganzes Zoll. Und schon wieder funktioniert Blocken nicht. Das ist zum Kotzen. Hallo. Haben wir die Tiere jetzt alle weg? Hallo. Hallo. Wieso habe ich den Heiltrank jetzt genommen und bin trotzdem wieder unten? Ne, ist nicht alles klar. Ey, so viele Heiltränke habe ich dem ganzen Spiel noch nicht gebraucht. Ja, ist relativ, ne? Wenn man jetzt hier alle drei Sekunden wieder angegriffen wird. Ei, 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 ei. Ich bin immer noch so fasziniert abgelenkt von diesem Riesenfiech da hinten. So langsam geht es hier aber richtig zur Sache. Das gefällt mir gar nicht. Deswegen ein paar Fröschen. Jetzt ist der Punkt weg, oder was? Ja, Rotfrösche fangen. Ihr seid lustig. Meinst du nicht, wir sollten schnell nach Listalum? Meine Schwester macht sich sicher schon Sorgen um uns. Ja, sollten wir auch, aber wir müssen jetzt erstmal die Frösche fangen. Ich habe aber keine Ahnung. Äh, das Einbinden, was, was, was? Ja. Vielen Dank dafür, dass man das lesen darf. Ich höre es hier irgendwo quaken. Ich höre es hier irgendwo quaken. Ich habe es immer im linken Ohr drin. Aber immer, wenn ich mich nach links drehe, ist der Froschfell. Nein, nein. Ich mache mir eher Sorgen, dass wir verletzt werden. Wenn auch nicht von den Fröschen. Geh mir mal aus dem Weg, hier ist doch noch einer. Hier habe ich jetzt gerade gar keine mehr. Ach, das sind zwei. Oh. Das wäre nur toll, wenn ich nochmal einen Frosch hören oder sehen würde. Dann ist was blau. Nein. Ich höre Magi-Take-Motoren. Nein. Du musst mich verarschen. Ich muss doch nur noch einen von diesen scheiß Fröschen kriegen. Ich kriege den aber nicht. Aber die Feinde sehe ich jetzt gerade auch nicht. Boah, ist das euer Ernst, dass man den letzten Froschhützchen nicht findet? Der mich jetzt so schreckt. Sucht doch auch mal nach Fröschen, Jungs. Kann doch nicht wahr sein. Ich höre was. Oh. Ist der groß. Es ist ja auch irgendwie eine komische Frau. Es ist klar, dass sie denn so ein komisches Geschenk haben möchte. Es war noch was zum Abarbeiten, sehe ich gerade. Ach, da hinten sind die Arschlöcher schon gewohnt. Arm auf. Hoffentlich erwartet uns keine Tragödie. Lustig wird's mir nicht. Also, ich glaube, dass ich es nicht auf mich verhalten habe. Das war's. Ja, lauf hin, komm. Darf ich jetzt endlich mal hier die Sachen einsammeln? Wird das jetzt genommen? Ja. Ich hoffe, dass die jetzt nicht wieder alle zwei Sekunden hier angegriffen werden. Hinten sehe ich auch schon wieder was, was ich nicht sehen möchte. Hey, Noct, über dir. Wie lauf ist der Klam? Frontalangriff. Hm, na gut, ich umgehe sie und greife von hinten an. Kommt weiter, Jungs, vielleicht folgen sie uns gar nicht. Kommt mit, ich habe nämlich keine Lust zu kämpfen. Also irgendwie scheinen die ja endlos wiederzukommen, wenn man hier in dem Bereich ist. Das ist ganz schön nervig. Wir haben nur leider auch kein Geld, um Heiltränke kaufen zu können. Also noch mehr Heiltränke kaufen zu können. Ja, irgendwie schon, ne? So, dann steigt mal schnell ein, Jungs. Ähm, fortsetzen, ja. Oh, nee. Nicht auf der Autofahrt. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Sag mal, Noct, was ist? Hab irgendwie genug für heute. Können wir nicht da vorne ein Zimmer mieten? Ja. Denke ich, falls wir Geld haben. Du nörgelst ja sonst eh nur rum. Also gut. Sauber, ab ins Bett. In Ordnung. Oh, was ist denn das für eine Säule da hinten? Scheiße. Steht die da jetzt noch? Ist die jetzt immer noch mit den Fröschen beschäftigt, oder? Ja. Alles klar. Du hast die Rotfrösche! Ja! Vielen Dank! Die helfen mir bei meinen Studien. Studien? Längere Nächte, die vielen Erdbeben. Irgendwas stimmt mit dieser Welt nicht mehr. Und ich will den Grund dafür herausfinden. Ihr etwa nicht? Und wozu die Frösche? Na ja, weil es Rotfrosche erst seit kurzem gibt. Vielleicht hängt das mit dem Rest zusammen. Wer weiß? Dann könnten die kleinen Glitscher der Schlüssel sein, der das Rätselraten beendet. Ach so. Neugierig geworden? Willst du mir wieder helfen? Äh, so war das eigentlich nicht. Gut. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Und hier ist die Belohnung für die Rotfrosche. Ich hoffe, es wird euch helfen. Ja, es wird mir hoffentlich zumindest helfen, äh, ein Zimmer zu mieten, weil wir haben ja kein Geld mehr. Aber beim letzten Mal, ne, einen Sternenanhänger haben wir jetzt nur bekommen. Kein Geld? Würdest du mich verarschen? Äh, Inventar. Oder haben wir zehn Gil bekommen? Ehrlich gesagt, ich weiß es jetzt nicht mehr. Was glaubt euch denn hierher? Nichts. Wir wollen einfach nur ein Zimmer mieten. Tschö. So, hier kann man nur was zu essen holen. War das etwa Dr. Sanja Jäger? Na, das hat aber lang gedauert. Sanja Jäger? Dr. Jäger ist eine äußerst berühmte Biologin. Ihre Bücher und Abhandlungen werden auf der ganzen Welt gelesen. Was? Diese Frau? Das ist nicht dein Ernst, oder? Guten Tag. Hallo auch. Ja, kaufen kann ich leider nichts bei dir, weil ich bin selber pleit. Scheiße, ich hab nur noch drei im Inventar. Das ist aber gar nicht gut. Ähm, okay. Kannst du mir vielleicht sagen, wo man hier ein Zimmer mieten kann? Anscheinend nicht. Das ist natürlich schlecht. Können wir hier kämpfen? Wir sind viel zu spät. 30 Gil oder 15 Gil? Was denn jetzt? Naja, wir übernachten auf jeden Fall mal hier. Total verschwitzt. Ich bin auch völlig fertig. Wer weiß, was? Jungen. Was? 不是 shooting en McCarthyim. Ich weiß nicht, ob ich mich in das招te kann. Ich weiß nicht, ob ich mich kenne. Ich weiß nicht. Nein. Mann. Ich weiß nicht. vested ist nicht um dich nicht. Hilf. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Vielen Dank. Ja, von der Trolla muss man mal ein Bild behalten. Aber das Bild ist nicht besonders gut geworden. Aber das speichern wir trotzdem mal. Ja, es geht. Ich nicht. Ja, das war's. Ja, das war's.